Coravin, intelligente Technik, einfach schön. Genießen Sie jederzeit einen guten Wein, ohne den Korken zu ziehen. Eine dünne Hohlnadel wird durch den Korken gestochen und in die Weinflasche eingeschoben. Anschließend wird die Flasche mit Argon, einem in der Atmosphäre natürlich vorkommenden Edelgas, unter Druck gesetzt. Sobald die Flasche unter Druck steht, fließt der Wein durch die Nadel in das Glas. Nach dem Entfernen der Nadel ist der Korken wieder absolut dicht. Der restliche Wein reift ganz natürlich weiter, da er niemals mit Sauerstoff in Kontakt war. Sie können Ihre besten Flaschen noch Wochen oder Monate später glasweise ausschenken. Genießen Sie Ihren Lieblingswein, ohne die Flasche zu öffnen.